In ferner Zukunft erschien eine alte Zivilisation namens Anunnaki, die übernatürliche Wesen mit göttlicher Kraft und großem Wissen waren. Die Anunnaki zeichneten sich durch ihre Schönheit, Stärke und Weisheit aus. Und ihre Geschichte wurde in vielen Mythen und Geschichten festgehalten. Die Geschichte der Anunnaki ist eng mit Gold verbunden, da sie als Hüter des Goldes im Universum betrachtet wurden. Gold hatte für sie eine besondere Bedeutung als kostbare Ressource und Symbol für Macht und Stärke. Die Anunnaki verwendeten Gold zur Entwicklung ihrer speziellen Technologie und zum Aufbau einer blühenden Zivilisation. Ihre mit Gold verbundene Geschichte handelt davon, wie sie dieses edle Metall entdeckten und es für ihren technologischen Fortschritt und ihre Expansion im Universum nutzten. Es wird erzählt, dass die Anunnaki auf verschiedenen Planeten lebten und mit fortschrittlichen Raumschiffen durch die Sterne reisten. Um ihren Fortschritt und ihre Expansion fortzusetzen, benötigten sie Gold. Während ihrer Reisen durch das Universum entdeckten sie, dass die Erde enorme Mengen an Gold enthielt. Die Anunnaki begannen auf der Erdoberfläche zu landen und Gold aus den Minen abzubauen. Sie verwendeten fortschrittliche Technologien zur Gewinnung und Raffination von Gold und errichteten Städte- und Bergbaukolonien zu diesem Zweck. Im Laufe der Zeit stießen die Anunnaki auf Herausforderungen und Schwierigkeiten, um große Mengen an Gold abzubauen. Sie hatten Schwierigkeiten bei der Verwaltung der Arbeitskräfte und Ressourcen sowie bei der Geheimhaltung ihrer Existenz und Aktivitäten auf der Erde. Schließlich beschlossen sie, menschliche Arbeiter für den Goldabbau anzuheuern. Sie modifizierten und entwickelten die menschlichen Gene, um sie ihren Bedürfnissen anzupassen und effizienter bei der Goldgewinnung zu sein. Auf diese Weise griffen die Anunnaki in die Entwicklung des primitiven Menschen ein und trugen zur Entstehung der menschlichen Zivilisation bei. Diese Geschichte der Anunnaki und des Goldes enthält weitere Details, einschließlich ihrer internen Konflikte und Auseinandersetzungen mit anderen Göttern. Diese Geschichte bleibt Teil des mythologischen und fiktiven Erbes der Menschheit, das symbolische Symbole trägt und Fragen nach dem Ursprung der Zivilisation und ihrer Beziehung zum Universum und übernatürlichen Wesen aufwirft. Unabhängig davon, ob die Geschichte der Anunnaki und ihre Verbindung zum Gold wahr oder fiktiv ist, spiegelt sie den Glauben der Menschen an das Vorhandensein mysteriöser Welten und übernatürlicher Kräfte wieder, die mit ihrer Realität verflochten sind. Mythen und Geschichten, die mit den Anunnaki verbunden sind, bleiben Teil unserer kulturellen und spirituellen Geschichte und bieten uns die Möglichkeit, tiefgründige Gedanken über Zivilisation, Wissen und Macht zu erkunden. Am Ende des YouTube-Videos erwartet dich eine spannende Schlusssequenz. Wenn dir das Video gefallen hat, lade ich dich dazu ein, den Gefällt-mir-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Zusätzlich kannst du unseren Online-Shop besuchen, um einzigartige Produkte zu entdecken. Die Schlusssequenz des Videos bietet möglicherweise eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte oder eine inspirierende Botschaft, die zum Nachdenken anregt. Indem du den Gefällt-mir-Button drückst, zeigst du deine Wertschätzung für den Videoinhalt. Durch das Abonnieren des Kanals bleibst du auf dem neuesten Stand und erhältst Benachrichtigungen über zukünftige Videos. Darüber hinaus lade ich dich ein, unseren Online-Shop zu besuchen, wo du hochwertige Produkte finden kannst. Zusätzlich kannst du uns auf verschiedenen sozialen Medien folgen, um in Kontakt zu bleiben und dich weiter mit anderen Zuschauern auszutauschen. Zusammenfassend lädt dich das Ende des Videos dazu ein, aktiv zu werden, indem du den Gefällt-mir-Button drückst, den Kanal abonnierst und unseren Online-Shop besuchst. Wir freuen uns darauf, dich in unseren zukünftigen Videos zu begrüßen. Untertitelung des ZDF, 2020